Was wollen wir mit euch machen? Was denkst du? Meutern ist ein schweres Vergehen. Aber wir haben ja nicht richtig gemeutert. Wir haben uns aus dem Staub gemacht. Das ist schon was anderes, oder Jungs? Ja, wegen Notwehr. Abgehauen seid ihr wie Ratten! Zwar alle! Da sind möglicherweise ein paar Sachen verquergelaufen in letzter Zeit. Das ist ja kein Grund, sich gegenseitig fertig zu machen, ne? Also, Schwamm drüber. Na Fragen? Ne, keine Fragen. Dann hauen wir jetzt auf die Kacke! Und zwar! Deluxe! Bitte? Deluxe! Bitte? Deluxe! Früchte die Hande! Früchte die Hande! Lass dich ein, Willard! Nein! Können Sie lang! No! Hörends dich ein, Willard! Drüchte die Hande! Öhn! 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 Ah! 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 Wir müssen weiter links! Wir müssen rechts, links! Wir müssen rechts! Links! Diese Corona-Quizik